Ja, hallo Leute, willkommen zu dem Spiel Caesarian. Warum der Alltag heißt das Ganze? Ja, äh, Spiel kostet 1,99, nur für die PS5. Es gibt 4 Stacks, PS5, EU, US, also Japan-Version. Und, äh, dauert hier 10 Minuten mindestens. Äh, ihr kennt das vielleicht, müssen davon 6, davon, äh, 8. Zerstören, jetzt ist es ein bisschen anders, wir müssen 30 von jeder Farbe, beziehungsweise von Pink, müssen wir 20 mal erwischen. So, fangen wir mal an. Die kommen jetzt hier runtergeschossen und müssen diese Damen mit dem X-Button zerschwören. Wie sieht das Ganze aus? Also, relativ easy, das, äh, Farben kommen, entweder, das fehlt eine Bar, dann muss man halt ein bisschen länger machen. Aber sonst, das sollte eigentlich gehen. Natürlich, heute rausgekommen, kann man immer jede Woche mitnehmen. Von jeder Farbe 10, dann 20, 30. Da kriege ich schon Trophäe für 10, äh, Dinger zerschön, also Paketen. Dann auch Branche, ne. Für Türkise, 10, schön, schon. Da kommt das für Pink, also es kommt jetzt alles, ne. Dann für, äh, 10 Grüne. Da kommt noch nicht viel raus in letzter Zeit, muss ich schon sagen, also ich komme auch gar nicht mehr hinterher, aber das ist eigentlich ziemlich schnell an sich gemacht. Da sind sich das eigentlich immer so ein bisschen ausspan, aber wenn ich sehe, wie viel da rauskommt, kommt schon die Woche auch echt viel noch. So, 10 Brötsel zerstört. Ich denke mal, das kann man hier alles in einer Sitzung, glaube ich, durchmachen. Ähm, 20 Stück Kisse. 20 Grüne. Ähm, es ist auch egal, ob der jetzt dabei stirbt. Ähm, es wird alles zusammengespielt, also ihr könnt mich wieder durchdrehen machen mit dem Holz. Aber es wird sich hier wieder rauskommt. das war die blaue man kann ja immer wieder 30 Tücher ist das 30 Minute 20 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 Da habe ich das für 30 gelbe. 30 blaue. Oh, okay. Wenn man nicht will, dann werde ich wahrscheinlich. 30 Lila. Ich denke immer, jetzt... Ja. Das ist die Art hier. Ja. Das ist ein sehr, sehr einfaches Spiel. Das kann man auf jeden Fall machen. Okay, dann gleich mal zum nächsten Mal.